Hallo, wir sind wieder bei PUBG, bei mir sind Shiva und Palando. Hallo. 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 So. Ab nach Gadgar. Da ist immer schön. Letzte Runde haben wir mal wieder gewonnen, wenn ihr sie verpasst habt, dann gerne nochmal reinschauen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst gerne mal ein Abo da. Dann passiert das nicht mehr, wenn man die Glocke aktiviert hat. Außerdem kriegt man dann auch mit, wann der Livestream losgeht. So, zwei, drei, vier sind noch hier bei uns. Die fliegen so parallel und grüne Fallschirme ins Feld. Das sind auf jeden Fall... Oh. Bei mir ist hier... Bei mir ist... Bei mir ist wer... Ist nicht überall weg, ja. Ja, wie viel rennt ihr wer macht? Alter. Wie hab ich denn geschossen? Ich bin einfach zum ersten Haus, wo ich gut landen konnte und... Alles gut. Ich hab dich lieb. Ich staub, das ist gelogen. Ja, aber nett gelogen. Also, weißt du, so mit Lächeln im Gesicht. Ja. Ich seh' ich schon als nächstes Küchenmesser am Rücken. Nein. Wenn Mutant schreit. Ich will, dass ihr euch jetzt wieder vertragt. Immer. Immer. Aber wir waren noch nicht... Das war's noch nicht hier, oder? Mir unsicher liegt die Beisen mit Munition übrigens. Ich hab hier auch was hin gelegt. Eine Backpore, eine Vollausstattung schon. Mit Munition. Du machst ja Sachen. Oh. Ich habe eine Armbrust gefunden. Falls du willst. Ich hab eine Armbrust gefunden. Also, ich bleib jetzt bei der UMP. Ja, ich hab eine Skl und im Augenblick noch eine Mutant. Ich guck dann mal, wo ich mich dann so hinbewege. Ich mein, das klingt schon gut mit Vollausstattung und so. Ne, so ist ja nicht. Jetzt haben wir hier einen Zweier-Visier. Das ist auch gut. Das klingt nicht nur gut. Das ist richtig gut. Ja. Naja, die Vector ist schon ordentlich. Läuft ihr hier rum? Sollen wir stehen bleiben? Nein, nein. Mir ging es einfach nur von der Nähe her. Also, weil ich habe gerade so relativ laute Laufgeräusche. Und nicht, dass es noch irgendwie... Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, erkläre ich dir mal die Minimap. Ja. Das ist total gut. Würde ich mich freuen. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich da hinten ein Auto gesehen habe, was so gut für uns wäre. Habt ihr Zweier-Ausrüstung, meine Lieben? Ja. Ich bräuchte nur ganz viel Siebenermunition, wenn ihr dann irgendwann mal Siebenermunition habt. Hier ist noch Neunermun und die Beise. Braucht irgendwer den Klappschaft? Nö. Ich hätte einen Kompi für euch. Für AR. So, noch mehr Muniz. Guck mal, hier ist jetzt ganz viel. Vektor und irgendwie 200 Schuss. 250 Schuss. Das Angebot steht noch. Ich habe mal den Kompi hier mit hingelegt. Und dann müssen wir nach Puschinki. Ich hole mal das Auto. Ich habe den mal markiert. Mama. Und wenn ihr was Größeres habt als ein Zweier für meinen Karabiner, freue ich mich. Ja, geht mir genauso. Hier oben, die Beisen wolltest du nicht, Olli, ne? Tipp ich mal. Oder die Mood für die Beisen. Nein. Ich spiele um. Oh, das war meistens ein Problem mit dem Nachspann-Munition. Ratz. Da vorne kommt ein Flugzeug. Tschö. Hinterher. Wo der Airdrops runtergeht. Oh, ich sehe ihn. Gerade außen Richtung. Puschinki. Ja, da gehen wir doch hin. Da gründet man auf den Airdrop-Buller. Müssen wir doch. Wird ungefähr tippen da. Meinst du? Oh, links. Links. Typ. Wollen wir den noch holen? Nein, ich muss zum Airdrop. Noch mehr. Typ. Seht ihr ihn noch? Rechts ist auch jemand. Rechts ist auch jemand. Ich sehe ihn noch. Ich sehe ihn noch. Ja, der ist da hinten. Da hinten irgendwo. Wahrscheinlich noch unter Berg, die es ausgesehen hat. Ja. So viele Kills. Verpasst. Vorsicht, das eine ist eine Wand. Okay. Weil ich hätte ja sein können, dass du links kommen wolltest. Nö. Das sind nur der Winz hier, egal wie gut es ist. Okay. Ich hätte ausschauen. Ja, ich würde jetzt sagen, grob geradeaus und dann müsste er hinter dem nächsten Hügel da irgendwo kommen. Da ist er. Sag ich ja. Ist da schon ein Auto dran? Nee. Ich sichere nur ab. Hier ist übrigens Bombenzone. Sieht alles schön aus. MK 14. Bedient euch. Ich bin. Dreierzeug kannst du haben. Nimm ruhig das Dreier direkt, wenn du schon die gute Waffe hast. Na gut. Hier ist noch ein Dreierrucksack, der ist über. Ich habe einen Dreierrucksack. Ich auch, deswegen. Oh, die MK 14 ist echt eine geile Waffe. Lass uns hier ein kleines bisschen aus der Bombenzone noch raus. Wo soll ich denn hin? Das beste DMR ist schon gut. Ja, ja. Jetzt können wir ja auch. Theoretisch dieselbe Strecke wieder zurück und die Typen finden. Genau da, wo du jetzt fährst, ist gut. Ja, die finden bestimmt uns. Was war das denn? Atombomben? Ich hätte gesagt, Dings hier, wie heißt das? Schüsse voraus. Ja. Lass mal hier unten an der Kante dann stehen. Dann können wir da runter. Hier hätte ich gesagt, oder? Noch ein Stück weit, doch, ja? Ja. Hm. Und hier ist die Bombenzone auch geil. Da hinten ist einer. Da hinten sehe ich auch wen, genau. Oh. Boah. Rechts davon ist wer, an dem Baum. Hab ihn erlaubt gehittet. Kannst du aber nicht sagen. Und vorne an dem Baum ist auch wer. Hier. Den hast du. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht davor. Ich laufe einfach mal geradeaus. Alles gut. Na nicht, dass ich hier genau den Weg laufe. Oder ich von irgendeinem gerade den Kehl geklaut. Alles gut. Da hinten ist... Ne. Da ist jetzt gerade... Da ist doch wer. Hinter dem Stein. Da hinten. Hinter dem Stein der ist, glaube ich, tot. Oh, da ist die zwei ja echt... Das war ja wie sie echt kotz. In meiner Verlängerung der dicke Baum, der da hinten ist. Da ist der Typ dran. Den habe ich gerade getötet. Okay. Oh, nee. Da kommt noch einer. Nee, da kommt noch zwei. Sag ich da rechts. Ja, ja. Bin auch da sücht. Ich bin gerade unten. Oh, warte. Da sehe ich einen. Bei Gabe ist genockt einer. Und ich hatte einen Range-Vizier. Nö. Aus der Umgebung kommen wir noch weiter Schüsse. Oh Gott. Oh, Munition. Ich habe noch zehn Siemer. Irgendwo hier links oben bei mir sind noch Schüsse. Ja. Ja. Jö, 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 jö. Wir machen den, du kannst. Ja. Hat der Siemer, Mun, dort? Ich habe gerade genommen, aber ich gebe dir gleich. Deswegen habe ich eingepackt, weil ich es nicht gesehen habe, wo du bist. Okay. Ich habe den gerade vorhin getötet. Ist ganz gut? Ja. Wo ist der geradeaus? Ja. Okay, da ist auch tot. Guck mal rein wegen Siemer, Mun, wenn wir nicht. Ja, haben Sie, haben Sie. Alles okay. Wird der nicht? Ich muss nochmal gucken. Ich habe bloß einen Range. Hier nimmt ihr nochmal 90 Schuss raus. Hast du, glaube ich, genug? Krass, ja. Ich habe bloß einen Range. Das ist so krass, wenn du mit einem Zweier jetzt hier durchmümmelst. Sag mal, wo du hinschießt, Olli? Ich markiere die ganze Zeit, Gabe. Da sind ungefähr 40 Gegner gewesen. Okay. Ich schieße da seit zehn Minuten drauf. Ja, wir haben hier auch drei getötet. Nein, deswegen markiere ich ja die ganze Zeit. Weil du sagst, ich soll markieren. Mach ich ja die ganze Zeit schon. Okay. Oh, wir müssen raus aus der Bombenzone. Nicht, das war wegsterben wegen Bombenzone. Das wäre ärgerlich. Oh, ich habe nur noch 40 Schuss. Was denn? Siebener Moon für die MK14. Ja. Da ging ordentlich was drauf, ne? Mhm. Ein bisschen was zu 20 kann ich dir auf alle Fälle hinlegen. Ja, ich habe jetzt auch noch. Ich habe genug, ich habe genug. Ich habe gerade hier eine Leiche gelootet. Alles gut. Achtet mal wirklich auf den Range-Visir, wenn er dann noch. Also ich weiß, du selber vielleicht auch noch eins brauchst, aber... Ich habe einen Achter jetzt aus dem Air-Drop. Okay. Bots wären eigentlich keine Visiere harm. Nee, ich glaube auch nicht, aber deswegen sage ich hier einfach nur, wenn irgendwo mal auftaucht, dann bitte denken. Jetzt wird das wieder so neblig, ey. Oh Mann. Zone kommt übrigens hinter uns schon an. Also wir müssen... Am besten die kürzeste Route erstmal laufen. So, schauen wir gleich mal was rein. Habe ich auch schon. Ich habe nur Schmerzmittel. Boost habe ich nicht. Geht doch auch. Ist doch das Gleiche. Ich glaube, wenn du beides hast, dann läufst du ja schneller, oder? Nö, wenn die Leiste voll ist, aber... Oder weit oben. Kannst du aber auch zwei Schmerzmittel dafür nehmen. Okay. Ich dachte, man muss das kombinieren. Nee, nee. Schüsse voraus. Ja. Mhm. Die Richtung. Team 3. Könnte ein Spieler sein. Ja. Oh, dadurch, dass er so neblig ist, ist das richtig Mist. Aber dafür sehen die uns auch schlechter. Ja, ja, Auto. Genau, vor uns auf dem Berg. Ich glaube, da sehe ich auch einen. Das ist ein Spieler. Der oben war auch bei Blau. Ich versuche, da links rumzuzirkeln. Oh, das kommt gerade ganz. Das kommt hier genau runter. Scheiße. Scheiße. Ich bin genau vor mir. Ich bin genau vor mir. Ich bin genau vor mir. thuiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskikiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskisiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskILkiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskisk Jetzt haben sie sich von hinten gezickt Olli, du machst das Oh mein, ich häng dir an dem Stein Das gibt's noch nicht Ai, ai, ai Wo fahren die denn hin, sag mal Zum Notfall kannst du die MK14 auch auf automatisch stellen, falls deine Munition alle geht Ah, okay Hä? Die ist nach oben irgendwo gehalten Ach, der holt den wieder? Ja Ich glaube, der wird gleich das Auto nehmen und abhauen Dass der das überlebt hat, nervt mich Haha, scheiße Scheiße Schade Schade Wie lange, wie lange haben die denn auch Okay, wie lange haben die denn überlebt, ey, das gibt's doch nicht Es ist nur die vierte Zone, also ab der fünften wird's schwierig, in der vierten plötzlich, so alle paar ein großes Medikit reinhauen, wenn du so 30% wirst Man, mann, 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 jang ist okay ochärgerlich und ich hatte auch leider keine Granaten mehr they Zwölf Kids Diesmal lief's besser ohne VSS Mm. Mhm Vielen nehmen Dank fürs Zuckucken, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja das, gern ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin. Tschüss. Tschüss.